Ahoi Leute und herzlich willkommen zum nächsten Quad-Port. Let's challenge Hexagon. Die ist nochmal wie ein Hexagoner Schwierigkeitsgrad, weil wir einfach in dem Moment nicht ein Hexagoner, sondern ein Hexagoner, weil das jetzt der Hades ist und die anderen beiden spazieren auch hier dabei. Und ja, dann viel Spaß. Wenn drin. Wenn drin. Was ist denn das? Alter, das ist die Musik. Oh, das ist das teile Lied, man. Oh Gott. Okay, sieben Sekunden am ersten Mal. Ich sterb nach den ersten paar Sekunden. Fünf Sekunden am ersten Mal. Sieben Sekunden am ersten Mal. Nochmal. Ich darf mich nicht so viel auf die Musik konzentrieren. Alter. Alter. Alter, wie leicht man hier stirbt. Alter, ist das krank. Oh, ich liebe die Musik. Ich darf nicht so viel auf die Musik. Ich bin einfach, ich bin ein Teil der Gruppe, geil. Bei fünf Sekunden kommt übrigens das erste Mal weiter. Ich war schon bei acht Sekunden jetzt. Fünf Sekunden war ich auch schon. Ich weiß nicht genau, wo mein Bestes ist. Mein Bestes war bei, ja, fünf Sekunden. Bin ich gut. Also in Deathstage bin ich schlechter als ihr beide. Mein Bestes war bisher bei acht Sekunden, Leute. Oder sieben. Oh, ich war behindert. Warst du nicht. Ach, bin ich scheiße. Ich bin echt ein Teil. Alter, mit Moss ist das gar nicht mehr zu spielen, das geht gar nicht mehr, klar. Okay, bei sechs Sekunden kriegst du den ersten Level. Ich hätte Bock, Audio-Surf zu spielen, aber das kann man ja nicht spielen, weil dann die Musik GEMA lizenziert ist. Außer ich spiele ein Lied von Kirschi. Ich spiele auch ein Lied von Kirschi. Das ist nämlich Kirschi Black. Ich spiele einfach Lieder von Silence. Habe ich schon mal gemacht. Und Kirschi spielt dann Lieder von sich selber und Fischi auch. Ich kann Lieder von Dame spielen, aber... Frag ihn doch. Ja, ich spiele kann. Okay, lass uns mein eigenes Netzwerk machen. Okay, jetzt nehmen wir dann... K-R-S-H-S-F-G-T. Warum? Das ist Kirschi is a Faggot, wirst aus Vokale. Was? Kirschi is a Faggot, ohne Vokale geschrieben. Alter, ich komme gar nicht auf das Spiel klar. Gott, bin ich schlecht in der Stage. 8 Sekunden, 43. Mein Höchstens war 7 irgendwas. 8,44. Was? Ich spiele... Kirschi is besser als ich, das kann ich mir sitzen lassen. Du hast auch 8,44? Nee, hattest du auch 8,44? 8,34. Aber ich war gerade ein bisschen abgelenkt, da habe ich hier... In diesem Spiel braucht man einfach einen Tunnelblick. Ja, das Spiel ist aber viel zu geil. Die Musik haltet, die lenkt mich die ganze Zeit ab. Das ist voll gemein. Die Musik ist so gut. Dann konzentriert man sich auf die Musik und dann stirbt man. Oh mein Gott, Alter. Ist es hier irgendwie so, dass die Empfindlichkeit irgendwie höher ist, wenn man dann die Taste zu... Oder kommt mir das nur so vor? Es kommt dir nur so vor, das Spiel ist schneller. Ja, aber die Empfindlichkeit ist auch, wenn ich einmal kurz aufgedrückt habe, bin ich nicht gleich ein ganzes Dings weitergegangen. Ja, ja, das ist aber... Das musst du auch, weil die Geschwindigkeit auch höher ist. Ja, genau. Also ich würde es lieber auf der normalen Schwierigkeit spielen, damit es sich besser klappt. Also mit meiner normalen Dings. Ich spüre es nur mal mit der Maus, mal gucken, wie das so ist. Liebe dieses Lied. Ich habe das die letzten Wochen durchgesuchtet, dieses Lied von dieser Stage. Wo hast du das Lied? Das gibt es auf YouTube, bin hochgeladen. Wie heißt das? Äh, das hat keinen Namen. Irgendwie Hexagonas Stage. Ich kann dir nach der Länge schicken. Nein. Ich habe mal wieder Bock, 8-Bit-Mucke zu hören, Alter. Ich habe mal Bock, ein bisschen Alkohol zu hören. Es gab mal so ein Lied auf YouTube, das ging irgendwie vier Stunden oder so. Vier Stunden lang reine 8-Bit-Mucke und das war so geil und jetzt ist es irgendwie weg. Ich habe mich so abgefuckt, dass das weg ist. Kann ich verstehen. Wir haben das auf Lehrgang gehört, Alter. Voll gut. Zehn Sekunden! Ich wundere, wie viele? Zehn. Ich pick dich. Zehn 26 habe ich. Ich muss erst mal besser werden, wenn ich nicht picken kann. Aber man lernt das nicht. Nein, lernt man nicht. Ich liebe dieses Lied. Diese Stage kann man eigentlich nur Lied machen, weil es das voll das geileste Lied. Wäre sie nicht so unendlich schwer, wäre sie ganz lustig. Ja. Das ist echt unendlich schwer, aber fang mal. Ich habe gerade eine Stunde geschafft. Ich habe gerade eine Stunde geschafft. 360 Sekunden. Nein, 3600 Sekunden wären das, ja, ne? 3600, ja. Habe ich gerade geschafft. Okay. Alter, hier, dann 60 Sekunden zu schaffen, wäre es krank. Oh mein Gott, Alter. Diese Empfindlichkeit regt mich richtig auf. Nein, ich mache hier nicht weiter, jetzt bist du zehn. Du hast zehn schon? Nein. Ich bin bei 616. Nein, eins. Oh, ich bin so dumm. Ja, auch. Danke. Bis ich registriere, dass du ein ganzes Teil kommt, bin ich schon in diesem Teil drin, ey. Das regt mich richtig auf. Der meistgesagte, der meistgesagte, der, die, die, der, ah, ja, ist behindert. Das war, ich dachte, es gehört sich besser, es hätte sich besser in meinen Kopf angehört, als ich es sagen wollte. Hey, aber die musste echt, die, die musste nicht viel für dieses Spiel synchronisieren. Game of the game. Und Triangle Point? Ich glaube Point nicht, aber auf jeden Fall Square, was sich anhört wie Swag. Äh. Triangle? Hexagon? Pentagon? Hexagon kenne ich nicht, Pentagon kenne ich nicht. Der für Pentagon muss doch, glaube ich, die 50 schaffen oder so. Oder 45, glaube ich. Triangle habe ich auch erst einmal gehört. Nein! Das war die falsche Richtung mit den ich holen wohl. Kirsch, du bist der Einzige, der ich gerade doch so wirklich dauerhaft selber beleidigt. Ja, ich weiß. So oft wie ich sterben müsste ich Kirschi einfach 6 Millionen Mal beleidigen. New Record, ja! Oh mein Gott, Kirsch, ich hasse es. Ich liebe dieses Spiel. Auch wenn ich die ganze Zeit sterbe und nicht mal auf deinem Score bin. Game of the game. Game of the game. Nein! Genau die Ecke erwischt. Scheiße. Oh mein Gott, Alter, das geht gar nicht. Bis ich den Ausgang gesehen habe, dann bin ich da schon in diesem richtigen Teil drin, halt. Was mache ich da gerade? Oh Gott! 10,37, wie viel war es da hier? Ich glaube, ich... Moment, ich muss irgendwas auf die Leertasse legen. Game of the game. Ich drücke meine Ecke schon einfach durchgehend. Na, keine Ahnung. Ich glaube, es ist nichts, was ich sehr gut drauflegen kann. 10,37 hast du, Kirschi? Ja. Arschloch. Wieso, was hast du? 10,26. Aha. Bist du behindert? Ich war doch... Oh mein Gott, ey! Okay, jetzt bin ich einfach nur hässlich. Ah, es ist hart, Mann. Es ist fast so, als ob ich es auskomme. What? Sorry, es kam einfach so aus meinem Mund raus. So wie andere... Nein, Kirschi auch. Ich hab jedes Mal neuer Rekord. Ich hab jedes Mal 6,16. Okay. Und dann sagt das Ding, jedes Mal neuer Rekord und ich sterbe jedes Mal bei 6,16. Was bei dir? Nein. Game over again. Game over again. Es macht mich wütend. Ich liebe dieses Spiel. Es ist fucking schwer, aber es ist geil. Kirschi, ich hasse mich dafür. Ach, Gott, bin ich schlecht. Ich hätte es sehen müssen. Ey, irgendwann hab ich in Real Life Reaktionen, dass ich Unfälle vorhersehen kann. Das ist das richtige Spiel. Hast du nicht. Ich glaub auch, ey. Ich glaub, die Spiele machen mich einfach nur richtig wütend. Ich bin auch über 6,16 gestorben. Ah, 11, 11. 11, willst du mich verarschen? Hör auf damit. Okay. Ich mach das jetzt. Sobald ich bei 10 bin, hör ich auf. Game over. Ne, tut's doch nicht. Wie spät ist das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. 1,1,1,1,1,1. Scheißegal. 1,1,1,1,1,1,1,1. 21, 21, ja Voll später, Alter, wir suchten da schon fast eine Stunde Nein, wir suchten da schon über eine Stunde Wir suchten das bald drei Stunden Wir haben ja auch schon über eine dritte Stunde aufgenommen Das ist schon klar, oder? Nee Wir haben fast eine Stunde aufgenommen Allein schon Ja, stimmt Ich muss aufhören, so behindert Scheiße zu sein Ach Gott, warum bin ich von der Linken? Schon wieder 6,16 Ich schäpp jetzt die ganze Schuhe Über drei Sekunden oder so Weil ich immer eins so weit gehe Oh mein Gott, Alter Das regt mich richtig auf 26 251 Oh, mal wieder 5 geschafft Danke, Freddy Ich liebe dieses Lied Fisch ihn, du dummer Wichser Ich hasse mich jedes Mal dafür Ich hasse mich jedes Mal dafür Dass dieses geile Lied unterbreche, indem ich sterbe Oh mein Gott, ich bin so dumm und scheiße und hässlich Das Lied muss doch irgendwo in der Konfig sein, ne? Das ist irgendwo orientiert mit drinne, ja Ich glaube, wenn ich das so mir zuhause anhöre, bekomme ich Albtraum von dem Spiel Damit spiele ich Audiosurf Aber auf der höchsten Schwierigkeit bitte Ach Gott, bin ich ein Faggot Ist dieses Level irgendwie nicht mehr zufalls generiert? Ich habe so das Gefühl Doch, es ist schon super, es generiert Ja? Ja, ich kriege andauernd neue Ich habe aber auch lange Zeit hintereinander immer das Gleiche Natürlich jetzt schon wieder Oh mein Gott, ich bin so scheiße und hässlich Immer zwei so eine Kästen, dann ein Dreier, dann ein Fünfer Was für ein Dreier? Was für ein Fünfer? Ich weiß, was er meint Ich nicht Game over Bei einen Dreier? 2, 3, 3, 3, 3, 4, ich hätte nur in die andere Richtung gehen müssen 2, 2, 3, 3, 3... Ohh, das ist so schnell für mich 2, 3, 5 3, 3, 3 3 Hat verdammte Scheiße 2, 3, 3, 4, Wenn man sich ernst auf die ganze Scheiße hier anguckt, ist doch total langweilig Vielleicht interessiert es hier irgendjemandem Das ist ja dann mehr ein Gameplay als... Ich würde es mir von den Leuten, die ich mag, angucken. Ich mir auch. Ich glaube, ich würde mich lieber... Bei PewDiePie würde ich mir auch angucken. Bei Poots? Ja. Ja, ich bin PewDiePie-Fan. Lass mich! Warum ist denn da nicht Poots? Ja, wenn es PewDiePie nennt. Schwul! Ja, und? Ich hasse mich. Ich liebe dieses Spiel. Ich hasse Kirschi! Rage quitschus. Ich bin raus. Hau dran, tschüss. Tschüss, viel Spaß noch. Tschüss, viel Spaß noch. Du bist ein After-Rage-Quitsch, schön. Nee, das war kein Durchgut. Ich hab einfach Kopfschmerzen und das Leben fickt mich. Ja, 12 von 13 Videos hochgeladen. Was? 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 In der Zeit, in der wir gezockt haben, hab ich ein Video 33% hochgeladen. Hehe. Wie... Wie lange haben wir gezockt? Ein, zwei Minuten. Das ist so wissig viel! Ja, wir haben eine Weile gezockt. Das sind... In der... In der... In der zwei Minuten sind wir aufgenommen. Also, ich hab dir um, äh... 19 Uhr das Spiel geschickt. Das heißt, wir spielen mindestens schon zwei... Also, okay, ich spiele schon mindestens zwei Stunden. Über zwei Stunden. Ja, wir haben... Also, wir spielen sicher schon drei Stunden. Ich glaub' nicht, wir haben... Wir müssen noch nicht so später... Ist er grad rausgegangen? Ich hab keine Ahnung. Aber du hast auch gehört dieses Skype-Geräusch, ne? Nein. Ich hab nichts gehört. Ich hab Skype-Geräusch... Achso, wahrscheinlich ja, weil ich kapierleiter bin. Suchtest du gerade noch? Ja, ich suchte noch. Und du? Gut, ich auch. Ich will deine zehn Sekunden... Nein, deine elf Sekunden noch schlagen. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Ich komm noch auf die sechs. Ja, ich auch. Aber das... Hin und wieder kommt man dann einfach mal kurz durch. Und dann geht das. Ja, ich bin einfach nur dumm... Achso. Ich bin einfach nur dumm und ich stinke. Ich schaff das nicht. Bin ich behindert und hässlich? Ja, bin ich aber. Ich spiel einfach jetzt mit einer Maus und einer Taste. Ich glaub, das wird mich ficken. Oh Gott. Ja, das fickt mich. Ja. Scheiße, Mann. Ich bin... Wieso kann ich das nicht einfach... Krashy, mach deine Reaktion besser. Oh, die Nachbarn gucken... Was mach ich da gerade? Ich war grad auf neun. Manu. Die haben gar nicht reagiert. Weil die Nachbarn gucken auf... Das ist gut. Da gehen halt Reieck. Reieck ist scheiße, gerade Gott. Nein, jetzt nicht. Boah. 12, 19. Kishi, ich hasse dich. Ich dich auch. Mich oder Kishi? Nein. Euch beide. Wieso? Weiß ich nicht. Euch schlecht nicht. Ich bin zwar echt nicht gut in der Stage, aber es ist geil. Ich bin zwar echt nicht gut in der Stage, aber es ist geil. Ich bin zwar echt nicht gut in der Stage, aber es ist geil. 12, 19. Und ich bin grad nur bei 10. Ist doch auch gut. Kishi, ich verprügel mich gleich. Verdammte Scheiße, Kishi. Mach jetzt keine Scheiße. Nein! Warum machst du Scheiße, Kishi? 6,16. Mit... Stahl. Die sind aber auch richtig geil, Alter. 6,16. Irgendwo erkenne ich die Zahl. Da ist ne Zahl. Die kommt nach der 6,15. 10. Irgendwo erkenne ich diese Zahl. Irgendwo erkenne ich diese Zahl. So... Hey, so aus der Grundschule. So ganz oldschool. Game over. Ich hasse mich, Kishi. Ich hatte grad wieder fast 10. Äh... eh... Er ist wieder raus. Hm? Er ist wieder raus. Ähm... Nein, ich... Doch... Nein, du bist da! Aber du warst raus! Ja! Achso! Genau! Ich hab noch nicht gut gesehen, seine Körper. Wobei es liegt eher an meinem Computer. Ah, bin ich scheiße! Ah, auf der Scheiße Kirschi! Mag ich dich nicht! Nein! Doch! Hab ich wirklich! Oh! Tut mir leid! Ah, ich hasse mich! Oh Gott, auf der Scheiße! Ich sitze hier und bluche, aber ich hab die ganze Zeit grinsen im Gesicht. Ja, hörte ich auf, die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit so ein richtig genervtes Gesicht, dass ich gleich sterbe oder so? Was mach ich da für eine Scheiß Kirschi? Kannst du mir das bitte sagen? Ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht mal, was ich selber da mache. Gott, wie ich dieses Lied liebe! Game over again! Game over again! Game over again! Ah, 616! 616 ist, äh, Sonderurlaub. Game over again! Game over again! Das meinte ich aber eigentlich nicht. Game over again! 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 Na gut, das ist doch eigentlich scheißegal, wer gewinnt oder nicht? Ja, fürweil nicht Kirschi! Hauptsache, Hauptsache nicht du gewinnst! Game over again! Ich hab bis die letzten zwei Stages garantiert auch nicht gewonnen! Jörg hat gewonnen! Wir sind auch geeinigt! Du hast deinen Segen dazu abgegeben! Ja, Jörg! Game over again! Jörg ist sowieso der Meister! Game over again! Okay, ich schwör gleich auf! Ich kann nicht mehr! Echt? Ich sterbe innerlich! Jörg? Ja, wirklich! Ich komm nicht mehr klar! Game over again! Es geht nicht mehr! Ich kann nicht mehr klar denken! Bei mir hört's auch langsam aus dem Schlerdenk, glaub mir! Ich kenn das! 616 ist außerdem ein Buch! Ist das von mir? Nein! Das ist von... Hab ich jetzt gar nicht gelesen! Ist das von Kishi? Ja! Woher weißt du das? Was? Ist das wirklich von... 12 Sekunden 8! Nein, das ist von... Äh... Kishi, wie fährst du? 1219! Fick dich! Aber ich muss mir noch schlagen, weil du bist jetzt... Du bist jetzt bei 128, du bist mit dir zu nah dran! Du musst mir das aufsicht machen! Oh, äh... Kishi? Kishi? Der Einband des Buches! Ein geschändeter Sarg! Die Knochen des Toten darin gebrochen! Der Exorzist trifft auf das Sakrileg! Hört sich gut an! Ja! Hab ich bestellt! Ich hab die Leiche bestellt! Von Lutz Riedel! Nein! Nein, warte! Lutz Riedel Dienst! Zuhör du und... Du tier des! Die Hölle ist überall! Ah, was ist denn... Meine Reaktion, lass du nach! Mein Gehirn kommt nicht mehr hinterher! Wieso? Gehirn, mach doch bitte einfach mit! Das ist ein cooles Spiel! Ich will das noch weiterspielen! Game over! Again! Game over! Nein! Was machst du? Na, so wird mir schon schlecht von dem Spiel! Ganzhaft! Ich glaube, du bist Epileptiker! Doch! Ich glaube, du bist Epileptiker! Ach! Schon lange! Ich bin jetzt mal weg! Ich bin jetzt mal weg! Nee! Ich bin jetzt mal weg! Tschüss! Geh einfach an unserem Displaywerk! Ciao! Ja, danke! Wir werden dich nicht vermissen! Tschüss! Asi! Geh einfach an unserem Display! Sakish, ich bin schlechter Gast-Kommentator! Was? Sakish, ich bin schlechter Gast-Kommentator! Ja, okay! Ja, das muss ich jetzt zurücknehmen! Er ist schlimmer! Ja, was soll das heißen? Ich bin noch nie aus deinem Display rausgehauen, als ich wollte! Oder betrunken war! Scheiße! Elf! Elf! Game over! Game over! Ich bin auf der Scheiße! Ich muss das doch erstmal schaffen! Ich bin froh, weil ich heute Nacht noch ins Bett gehen kann! Wieso? Wenn ich das nicht schon verlernt hab! Wirklich, Alter! Langsam! Langsam wird mir komisch! Ich bin froh, dass ich noch atme! Game over! Nein! Game over! Again! Game over! Nein! Ich werde immer unmaskuliner! Meine Eier fließen in das Spiel! Game over! Welche Eier? He he! He he! Versteh ich nicht! Game over again! 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 He he! Ich bekomme so eine Kamera! Game over again! Also, auf diese Zahlen Nacht nicht! Game over again! Game over again! Nein! Ich wegge! Game over again! Ja, ich bin mit der Maus! Vielleicht bringt mir das Glück! Es hat mir grad ein bisschen Glück gebracht, ich mag das nicht, ich bring ein bisschen Abwechslung rein. Ich frag mich langsam, wer dieses Spiel wirklich gut spielt. Asiaten? Es gibt keine Asiaten, die hab ich heute ausgeworzelt letztes Jahr. Auf dem Fischmarkt. Hast du deren Fisch vergessen? Nee. Hast du sie gegessen? Nein. Sie sind einfach nur gestorben, sie sind einfach umgefallen. Oh. Ja. RASSE! RASTAFARI, meinst du? Ich hasse es, wenn ich weiterkomme und dann verwecke. Vorher ich mein Spohr gebrochen habe. 10,38 hab ich geschafft. Immer wenn ich in diese schnellen Gebiete komme, krieg ich keine Luft mehr. Ich schon, aber ich... Nein, ich vergesse einfach zu atmen. Atmen ist relativ. Ich glaub ich vergesse es auch irgendwann. Während dem Spiel, merk's gar nicht. Was? Ich hatte grad so'n Special Teil, was ich vorher noch nie hatte. Also, halt nur im leichten Modus oder so hatte. What? Also so'n... nicht so'n Special, also so'n... halt so'ne andere Form. Normalerweise kommt mir einfach nur die Zeit auf dich zugeflogen. Ich hatte grad so'n was anderes. Was? Ich weiß aber nicht welches, es ist so schnell gegangen. Nein! Ich reagiere zu spät. Stell' mal vor, hier musst du... hier musst du ne Spirale machen. Könnt' ich nicht. Das wär' ja tödlich. Game over. Again. Ich hab' echt zu schlechte Reaktionen für das Spiel. Noch bessere Reaktionen. Sagt der Typ, der irgendwie 20 Sekunden hat. 12, 19. Game over. Ich hab' nur 12, 8. Nein! 18! Wenn ihr euch das Spiel selber kauft und es kostet auf Steam und im Humble-Store, ähm... 3 Dollar, beziehungsweise 3 Euro, aber ich würd's im Humble-Store kaufen, falls ihr die Möglichkeit dazu abhältst. Das Spiel bockt sich richtig. Und im Humble-Store kriegt ihr das dann noch die Android-Version gratis, glaub' ich. Ja, und die Android-Handy ab. Also ich kann das Spiel echt weiterempfehlen. Ich nicht. Kein Stück. Das ist ähnlich gut wie Sex, find' ich. Das ist eher so wie, ähm... Ne, man schneidet dir die Eier ab. Also für dich. Für mich ist es auch, obwohl ich die ganze Zeit sterbe, Sex. Game over. Äh, äh... Deswegen nochmal danke an Philipp, aka, ähm, mittens... Also nicht Philipp Eder, sondern, ne? Die Crime-Sorving-Cat. Genau, an die Crime-Sorving-Cat. Das ist echt geil. Danke nochmal, dass du es mir geschenkt hast. Beide! Game over. Zehn Sekunden. Dadadadadadadadad. Kommst wieder erst? Das macht mich worry' Was? Kommst höher als ich und das macht mich worry'. Das ist ... Ich bin eben gerade auch schon wieder auf zehn gekommen. Mhm. Okay, deine Stromhälfte sind freitig. Game over. Da 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 Das macht mich richtig wütend Mir tun meine Fingerschen richtig weh Ich spiele nur mit A und D, das habe ich noch nie gemacht vorher Okay, das bringt mir nichts, das ist auch nicht wütend Oh mein Gott, Kirsch, wieso bin ich so hässlich und scheiße Shit happens Deswegen Nein Ich brauche, ich habe viel zu schlechte Reaktionszeit, was ist los mit mir? Jetzt bin ich zu weit drüber Das macht mich mehr fertig als Farben.io Mich macht Farben.io noch mehr fertig Aber Farben.io dreht sich nicht Ja, stimmt Bau das mal bitte ein Dass Farben.io einfach so was ist, ist nun mal viel mehr Farben und viel schneller Und dass man halt das nicht spielen kann, sondern das ist einfach nur so eine Videosequenz oder sowas Ich kann ein neues Farben.io dafür programmieren, das ist kein Problem Dann ist es bitte SuperFarm.io gone SuperFarm.io gone, ja okay, was gemacht? Ist nicht mal allzu schwer, glaube ich Krass gemacht Das stimmt schon, das ist schon ähnlich in Trance versetzt, dieses Spiel hier Dann machen wir eigentlich mal wieder in Let's Watch Farben.io Dein Arsch macht eins Ich hab schon mal krank und nicht leer Ja, dein Arsch macht eins, frag ihn Also machen wir keins mehr Wahrscheinlich nie Schade Warum sollten wir? Ich hätte so Back to the Roots Back to the Roots, obwohl wir von den Roots nie aufgestiegen sind Ja Just like your Album Hey, Back to the Roots, ich habe mich kaum vorhin da Back to the Roots Album Yeah, YOLO YOLO Ja, aber da, ich hatte mich da schon verändert Wow Such Veränderungen Many Last Login Das ist halt das Problem, wenn man nicht, wenn man nie in Kommerz wird, dann kann man nicht wieder zurück zu Untergrund Wer ist eigentlich Kirschi? Keine Ahnung Ich hätte doch Ketschbein Game Over Scheiße, Mann 616 mal War ich auch gerade wieder Meine Hände verkrampfen Kurz Hand ausschütteln So, jetzt soll's wieder gehen Tut zwar weh, aber scheiß drauf Das Spiel ist wichtiger Ich hasse mein Leben Wie dieses Spiel Ich bring mich um, tschüss Ich dachte, ich wäre der einzige, der sich gefällt dir hier Bist du auch Game over again Game over again So Leute, es reicht jetzt nicht Gar nicht mehr Ich habe gerade drei Sekunden, äh, fast vier Sekunden geschafft, ohne mich zu bewegen So Leute, ich würde dann sagen, was war das für diese Part? Mein Gehirn, es kommt nicht weiter her Weißt du, ich habe so ein richtig komisches Gefühl in meiner Stirn Ich in meinem ganzen Gehirn, so als wäre der Watte Ja, also Leute Ich hoffe das für euch gefallen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss Ja, tschüss Gäste